Wir sind eine Gruppe von Schülern vom MCG. Wir machen ein freiwilliges Projekt zum Thema Nachhaltigkeit und wir bekommen dabei Unterstützung vom Verein Sokuma, der sich in Dresden für Nachhaltigkeit einsetzt. Und wir beschäftigen uns vor allem mit gesunder Ernährung und Plastikmögen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Leben. Heute waren wir in der Zentralbibe und haben gemeinsam recherchiert. Ein paar unserer Ergebnisse. Im Nordpazifik gibt es eine Plastikmüllinsel, die der Größe von Frankreich entspricht. Inzwischen enthält jede dritte Makrele Mikroplastik. In Deutschland produziert jeder Mensch im Durchschnitt 37 Kilo Plastikmüll pro Jahr. Seit 1950 wurden 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Das entspricht 80 Millionen Blauwahlen. Außerdem wird eine Plastiktüte im Durchschnitt 25 Minuten genutzt. Also wir haben hier Plastik in verschiedenen Zimmern gesucht und dann zusammengestellt. Also eine feine Plastikflasche braucht 450 Jahre. Deswegen sind wir an die Elbe Müll sammeln gegangen, um das zur Kunststoffschmiede zu bringen. Zuerst haben wir Plastik sortiert und danach haben wir es zweimal geschreddert. Bis zum nächsten Mal. Das geschredderte Plastik haben wir dann mithilfe einer Schmelzmaschine in die Form gepresst. Das kann man noch mal schneiden. Und dann mit diesem Ding so. Elli, wer sind wir? Achso, deswegen ging das bei uns für uns auch so einfach auf, weil nichts drin war. Über die Kante hier. Eine ist gefüllt. Wir haben es geschafft. Und das kam jetzt am Ende dabei raus. Der vierte Tag unserer Challenge. Veronika oder Vero und ich sind gerade auf dem Weg in den Loseladen. Und das werden wir dann auch hoffentlich filmen können und dürfen. Der Hintergedanke bei so einem Unverpackt-Karten ist natürlich in allererster Linie Müll zu sparen. Oder Müll zu vermeiden, sagen wir es mal so. Müll zu vermeiden, das ist ja der ganz große Hintergedanke bei der Geschichte. Was allerdings noch ein positiver Lebeneffekt ist, ist, dass man auch noch Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt. Und damit auch noch Geld spart. Also mir war das ganz wichtig, hier wirklich mindestens in Deutschland zu bleiben. Und eben halt auch, was die Zulieferer betrifft. Und generell ist es so, dass ich immer versuche, Sachen so gut wie es geht, halt regional reinzuziehen. Weil es einfach mal für meine Begriffe nicht fünf vor zwölf ist, sondern eine Minute vor zwölf, um hier noch irgendwas rumreißen zu können, was uns so einen wunderschönen Abmeer betrifft. Und da ist das ganze Thema Müll und Plastik im Meer. Und im menschlichen Darm ist das nur die eine Geschichte. Da gibt es ganz, ganz viele andere Sachen. Und wenn das für einen jetzt hier praktikables Prozedere ist, dann sollte er das tun. Weil jede Tüte, jede Dose, alles, was im freien Handel nicht mehr nachgekauft wird, ist eingesparter Müll. Also wie bist du auf die Idee gekommen, dass du die Marke schon mal öffnest? Oder was hat dich dazu bewählt? Das war vor ungefähr zweieinhalb Jahren. Und ich bin hier in die Friedrichstadt gezogen und es gab hier nur eine Netto. Und das hat mir nicht gefallen, hier ist kein Wochenmarkt in der Nähe. Und ich habe mich schon damals mit Direktvermarktung beschäftigt. Und die Idee kannte ich schon und ich wusste aber, dass es das noch nicht in Dresden gibt. Ich habe einfach angefangen sozusagen mit den Büchern zu besuchen und die Bauern zu besuchen und alle ins Boot zu hören. Und dass mir das nicht gefallen hat. Ich bin hier in der Nähe. Und ich bin hier in der Nähe. Und ich bin hier in der Nähe. Ich fand die Woche spannend und lehrreich und man sollte plassen Müll vermeiden, worum es noch geht. Ich hoffe, dass die anderen auch mehr auf Nachhaltigkeit achten, weil es echt eine schöne Erfahrung ist. Ich fand die Woche schön und ich fand es auch schön, dass wir die Kurschmitte in Gang setzen. Die Projekte, die wir gemacht haben, fanden ich sehr interessant, aber ich finde, muss auch recht immobil sein, um überall hinzukommen. Ich hoffe, dass andere Leute Plastik Müll vermeiden. Das ist sehr nett. Das sind die Interviews für Dörren. Danke dafür. Und meiner Meinung nach sollte man diese Projekte weiterverfolgen. Für mich war die Woche sehr aufwendig und ich versuche, soweit es geht, den Plastik Müll zu vermeiden. Ich fand es sehr spannend, aber es ist auch sehr schrecklich, die Kurschmitte im Meerland. Deswegen sollte man auch auf 8 Mändern Plastik kaufen, damit es auch richtig entsorgt für und nicht irgendwo in der Umweltlande. Mir hat die Woche ziemlich gut gefallen. Die Kunstdorfschmiede war ein tolles Projekt. Und ich wünsche mir, dass mehr Plastik recycelt wird und weniger in der Umwelt und in den Gewässernlanden. Nummer vier Mal. Nummer vier Mal. Nummer vier Mal. Bis zum nächsten Mal.